Heute ist wieder Wiegetag. Das ist ja ein Ding. Täglich tust du das Moment hier. Ich bin gestreift. Ja, die Sonne scheint. Das ist richtig schön. Oh, ist das herrlich da draußen. Und ich trinke jetzt erstmal einen schönen Tee guten Morgen. Und werde wohl heute was im Garten machen, ne? Gartenarbeit ruft. So, hier. Das hat erstmal gelaubt. Mensch, das macht einen Spaß im Garten rumzuwerkeln, wenn das Wetter so schön ist. So, jetzt fahre ich aber ganz schnell mal nochmal in die Stadt rein, weil eine meiner Mitarbeiterinnen hat nämlich Jubiläum. Und ich möchte ihr am Montag etwas schenken. Also besser gesagt, wir alle schenken ihr was und ich besorge das jetzt. Ich habe so einen Hunger jetzt. So, jetzt mache ich mir hier ein schönes Rührei. Es ist Viertel nach vier und das ist das erste, was ich heute esse. Was für ein schöner Tag heute. So viel im Garten rumgewurschtelt. Das hat richtig Spaß gemacht und es wird alles immer wieder schöner. Und außerdem kommen die ersten Krokanten raus und die kleinen Narzissen oder Glockenblumen. Ganz, ganz toll. Ja, richtig viel habe ich nicht gegessen. Das Dumme allerdings ist, dass ich dann... Uh, leider... Wo ist es denn? Hier wieder zugegriffen habe. Es ist zum Heulen. Sobald so etwas im Hause ist, wird es weggefuttert. Ich darf sowas einfach nicht mehr im Hause haben. Aber das sage ich ja sowieso immer, ne? Ach, fürchterlich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.